Mein Name ist Josef Fechtlbauer und ich bin mittlerweile seit zwei Jahren Verkaufsberater bei der Firma Schauer für Schweinestelle und habe das Projekt bei der Familie Kraus mit begleiten dürfen. Laut meinen Hervorragenden der letzten beiden Jahren sind immer mehr junge Landwirte dazu bereit, dass sie vermehrt in Tierwohl investieren. Ganz wichtig dabei ist die Vermarktungsmöglichkeit. Mit einem starken Partner bietet das den Landwirten, gerade den Jungen eine Perspektive. Wir als Firma Schauer unterstützen dabei die Landwirte von der Planung weg bis zur Umsetzung und auch im Nachhinein, damit der Stall perfekt funktioniert und die Kunden auch wirklich eine Freude damit haben. Junge Jahrheden 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017